was geht ab wie leute in ausländischen guten tag wünsche euch und herzlich willkommen zu einem neuen video hier in world of buildings heute ist die fünfte folge dran das heißt es gibt wieder stream zusammenschnitte timelapses und zwischen projekte das heißt sachen die zwischen den streams passiert sind und ich wünsche euch einfach viel spaß mit dem video nach dem intro geht's los wir möchten heute auf unser dia und tools zeug angreifen wir brauchen endlich gescheites werkzeug und endlich der gescheite rüstung damit julia nicht immer stirbt und ja das heute übrigens wieder zurück gehabt aber ich habe ich wurde gestern von goldie auch gesplieft also alles gut ja aktuelle tode sind übrigens so aus 14 und 18 wir haben ja wir haben uns dazu entschieden wir machen jetzt einfach mal ein bisschen werkzeuge weiter und das würde ich euch einfach im zeitraffer zeigen bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ja, jetzt will er 27 Ja, jetzt hat er, jetzt hat er ordentlich Geld verdient, jetzt geht er runter mit dem Preis Ja, ich habe aber nur neun Ja, ich habe gar keine mehr Gut, dann gehen wir wieder zurück Ich kann diese Hose nicht ausziehen. Ich weiß nicht, ob sie beim Tod einfach verschwindet oder ob sie beim Tod tatsächlich droppt. Damit sie im Chatwesen steht, ist im Kampf gestorben. Ja, wie er gleich komplett übertreibt im Totem, Alter. Okay. Aufnahme läuft. Nicht? Läuft? Ja. Also, Bogen schießen immer noch. Bei Gold hat es immer geklappt. Die Hose hat es gedroppt. Mega, danke. Dann kannst du halt so schärfer laufen. Oh mein Gott, einfach direkt 32 levelieren. Du bist nicht gegessen. Du bist echt krass, Alter. Okay, dann kann ich... Ich hab einfach instant alles vollgeladen, Alter. Was ist denn jetzt los? Dann noch instant 32 level. normal reicht, wenn man die 10 Layer hochbaut. Ich hab die 40 Layer hochgebaut. Ich seh's. Ich seh's, Tiger. Ich seh's. Und dann kann ich halt... Also, ich hab's nicht... Dankeschön. Hä? Hä? So Leute, wir produzieren jetzt gerade oben halb 3 Uhr morgens unsere letzten Upgrades. Äh, was soll ich das drauf machen? Das muss auf die linke Diar-Axt. Genau, die. Der Rest ist ansonsten alles Copy-Paste. Ähm, ich werde jetzt hier die teuren Enchantments noch nehmen. Das kostet 17. Hm. Das wird dann hier auch 17 kosten. Und... Hey, auf... 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 Auf der... Auf dem Brustpanzer, wo du jetzt hast, fehlt noch Haltbarkeit. Nein. Noch? Hast du noch 7 Level? 8. Oh mein Gott. 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 Julia hat das letzte Stück und... Oh mein Gott. Hey. Wir haben damit einmal komplett alles... Ähm, nee. Was ist das jetzt hier? Wasserläufer fehlt noch. Ey, Mann. Damit sind wir dann... Und auch wenn du stirbst, kannst du es nicht anziehen. Äh, ausziehen. Doch. Doch, ausziehen schon. Ausziehen geht. Ey, ja. Also, das hier ist jetzt unser Hauptschwert. Das ist die Axt. Das ist die Schaufel. Und... Das ist die Schaufel, genau. So, Leute. So, Leute. Damit sind wir beide... Full-Dia. Ich hab da noch einen Pfeil von Tiger stecken. Aber das tut weh. Der geht genau auf die Halsschlagade, Alter. Ähm, ja. Damit sind wir beide Full-Dia. Haben auch voll Equip. Äh, das meiste ist dran, was wir brauchen. Vieles ist vielleicht ein bisschen unnötig oder auch ein bisschen übertrieben. Oder vielleicht auch nett. Vielleicht fehlt manches. Wenn ihr was wisst, schreibt es unten in die Comments. Wir sind auf jeden Fall durch. Sowohl rüstungs- und werkzeugtechnisch als auch körperlich für heute. In dem Sinne, wenn euch das heutige Video gefallen hat mit dem letzten Upgrade, dann schließt gerne mal ein Like bei uns ein. Hört das Video unbedingt mit Freude zu machen. Ja, wir haben die Halsschlag.